Oldschool, da hatte ich schon das Suppe-Philips-Syndrom. Blanker Hintern vor der ganzen Klasse ist so'n Symptom. Woran ich nämlich litt an Aufmerksamkeitsdefizit, seitdem fass ich mir selber simpel immer in den Schritt. So kommt prompt die Attention, die mir sonst krass fehlt, dass alle mich bemerken tun, ist das, was zählt. Mein nackter Po schafft einfach Fakten, yo. Überall fuck auf Klo, ich kack auch so. Mir sind keine Ideen zu extrem für den Fame. Mein Pokerface, auf dem Titel sollen die Spiegelleser sehen. Bitte bissl Beachtung, renn bei Tageslicht nackt rum. Kipp ein Tablett voll mit Tabletten bis zur Umnachtung. Sieh wie ich Ritalin und so in riesengroßen Dosen schmeiße, hyperaktiv ohne Pillen, kille sie Kilo-Dosenweise, bin auf Fotos in der Mopo und verklag den Chef, die Diagnose anerkannt erkrankt an ADS.